Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico 4 Firmware-Update-Video. Die 5.6.0-Version steht vor der Haustür und am 22. Mai soll released werden für alle und eigentlich sollte ich schon vorab Zugang erhalten haben, aber da ist irgendwas schief gelaufen, deshalb konnte ich die Version nicht testen, aber ich habe vor mir eine kleine Liste, die arbeiten wir einfach mal ab und um genau zu sagen, was dann wirklich alles verbessert worden ist, muss man wirklich selber mal reinschauen. Aber ja, das sind sechs kleine Punkte, die wir jetzt abarbeiten und schauen wir uns mal jetzt an. Und zwar soll das Klick-Feedback von den Kontrollern verbessert worden sein. Also Klick-Feedback mit Vibration. Wenn wir irgendwo draufklicken, soll das Feedback jetzt besser sein. Das finde ich extrem wichtig, so ein Feedback in VR, dass es auch passend ist und ja, sorgt nur für bessere Immersionen und das ist in VR natürlich umso besser. So, zweiter Punkt. Es gab früher das Problem, oder ja, wenn es Updates gab für Controller, dann konnte ich die Controller nicht mehr verwenden. Ich habe gesagt, ja, Controller updaten, dann war vorbei. Also dann konnte man nichts mehr machen, musste abwarten, bis der Update-Vorgang abgeschlossen war. Und jetzt soll es wohl so sein, dass es stille Updates gibt. Also es gibt keine Unterbrechung mehr während der Updates. Finde ich gut, dass man die permanent dann benutzen kann. Und ich denke mal, wenn die Brille irgendwie merkt, okay, ich habe ein Update, dass sie das im Hintergrund irgendwie macht. Wie genau das gemanagt ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es cool. Es ist keine große Sache, aber es ist eine kleine Verbesserung einfach. So, der dritte Punkt ist, wenn wir Aufnahmen machen oder Casting, dann haben wir immer so ein Symbol rechts auf der Seite gehabt. Und das war ziemlich störend, weil es nicht so wirklich dezent war, sondern so, ja, nicht ganz mittig, aber einfach nur so ein bisschen rechts. Und man hat es immer gesehen. Und es zieht einen natürlich ein bisschen aus der Immersion raus. Und da soll wohl die Anzeige verbessert worden sein, dass es nicht mehr so arg stört. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob es denn wirklich so ist. Aber ich denke mal, dass es so sein wird. Und ja, wenn ich das Update erhalten habe, werde ich das natürlich mal testen und ja, mal schauen, wie genau das dann verbessert worden ist. Ja, dann haben wir Punkt 4. Anzeige wurde verbessert, wenn wir USB-Geräte an die Pico anschließen. Was genau für Geräte jetzt da gemeint sind, weiß ich nicht. Ich habe außer eine Powerbank-Kopfhörer, habe ich noch nie was angeschlossen an der USB-Buchse. habe da aber auch noch nie eine Anzeige bekommen. Ich habe meine In-Ear-Kopfhörer, die P10 mal drangesteckt, aber habe ich auch keine Anzeige bekommen. Aber ja, für irgendwelche Anzeigen wird es dann verbessert worden sein, wenn wir irgendwelche Geräte an die Pico anstecken. Ja, dann haben wir Punkt 5. Für englische Sprachausgabe ist die, ja, Lipsync-Genauigkeit. Also wenn wir sprechen auf Englisch, ist beim Avatar dann verbessert worden, dass, wenn ich spreche, auch der Mund besser synchron bewegt wird. Also das ist jetzt wohl verbessert worden, dass die Verzögerung nicht mehr so groß ist. Ja, last but not least, Punkt 6. Optimierte Systemleistung und Stabilität. Fehlerkorrekturen wurden durchgeführt. Behebung des Problems, bei dem Gesten in durchsichtigen Szenen gelegentlich nicht reagierten. Es sollte ja auch Hand-Tracking verbessert worden sein. Ich denke mal, dass damit diese Gesten gemeint sind. Diese Hand-Gesten, wenn es da Probleme gibt, dass die besser erkannt worden sind. Weil das wurde uns auch beim Pico-Talk in Berlin gesagt, dass Hand-Tracking verbessert worden ist beim 5.6.0 und 5.6.0 so. Und Behebung des Problems, dass Benutzer während der Wiedergabe von Video-Einführungen auf der Detailseite im Store nicht pausieren oder stumm schalten konnten. Also man hat sich ein Video angeschaut im Store und man konnte nicht mehr pausieren oder nicht stumm schalten und dieser Fehler soll wohl jetzt auch ausgemerzt worden sein. Ja Leute, das war es eigentlich mit dem Pico-Firmware-Update-Video. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es für euch jetzt interessant war. Würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Ein Abo würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da jetzt drauf klickt und ein Abo raufhaut auf meinen Kanal. Ich bin kurz vor der 2000. Wäre natürlich nice, wenn wir das dann irgendwie diesen Monat noch schaffen, die 2000. Und ja, ansonsten könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Findet es interessant? Findet es weniger interessant, was die Firmware-Videos angeht? Oder was wünscht ihr euch noch für Verbesserungen bei der Pico? Ist natürlich auch interessant, mal zu wissen, vielleicht liest auch eine von Pico mit, was die User sich so wünschen für die Pico. Also ich wünsche mir eine Bildstabilisierung bei Aufnahmen. Das ist für mich als Content Creator super, super wichtig und ist vielleicht für andere jetzt nicht so arg wichtig. Aber für mich wäre es schon nice, auch für euch, wenn ihr es dann anschaut, dass es dann ein bisschen angenehmer ist. Außer bei Livestreams mit der Pico gibt es natürlich dann nicht. Aber ansonsten ist es natürlich dann, ja, schön zu haben. Ja, ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!